So, weiter gehts. Fünftes Spiel, gell? Fünftes Spiel. Ja. So, fünftes Spiel. Vorletztes Spiel. Du räumst aber alle ab. Und stopp. Schaffst du jetzt. Alles für deinen Papi. Die räumst du alle ab für deinen Papi. Mach das auf YouTube, damit dein Papi sich das anschauen kann, damit er stolz auf dich ist. Dann freut er sich. Dann hat er was zu erzählen. Kannst du mal winken. Hi Papi. Oh Mann. War zu leicht. Was meinst du? War zu leicht geworden. Oder weiter raus. Das meine ich. Genau das war. Ich war nicht dran. Wo ich hab. Hier hab. Wo ich hab. Seine Ahnung. Wo ich hab. Ich hab. Das war's. Das war's. Ärgerlich. Ja. Das macht er nur. Ein Cheatball. Knapp daneben, auch vorbei. Das ging nicht. Erklären Sie bitte den Zuschauern, warum das nicht geklappt hat. Weiß ich nicht, ich kann den Fehler einfach. Ja. Eine Erklärung. Ich möchte, Sarah. Jetzt werden alle abgeräumt. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich grad gesagt. Alle werden jetzt abgeräumt. Sicherlich. Ich sag ja nur. Immer mit der Ruhe. Immer ruhig. Ruhig. Ja. Das war komisch, aber abgeräumt. Nimm den Beispiel an den kleinen Erben. Der ist auch ganz ruhig. Der wird nur wild im richtigen Moment. Da lacht er. Wie? Das war ja mal anstrengend. Ja. Herr St. Na, du ist alles wieder abgeräumt? Wehe, wenn ich ... Oh! Ich schnappe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020